Wie du in jungen Jahren schon Unternehmer werden kannst und was da alles zugehört, erfahren wir genau von so einem Menschen heute. Let's go! Ladies and Gentlemen, Servus und Grüß Gott! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mensch macht die Leben lehren und gestalten. Geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch richtig über diese Folge, die ich euch heute präsentieren darf, denn ich habe jemanden dabei, den guten Sebastian Redling, 17 Jahre jung, ich habe ihn nachher im Interview gefragt, deswegen kann ich das jetzt auch so sagen, 17 Jahre jung, damit unser jüngster Podcast-Gast in diesem Podcast, in diesem Format und eigentlich ja auch Zielgruppe von diesem Format. Also hier da draußen, für euch ist der Podcast gemacht, wer heute das erste Mal zugeschaltet hat, kein Problem. Herzlich Willkommen und geil, dass du mit dabei warst. Es geht hier um Tipps und Tricks fürs Leben, fürs Mindset, für den Karrierestart, für die Berufsorientierung, für Inspirationen für 15- bis 25-Jährige, die irgendwie in das Leben einsteigen. Und dann habe ich heute einfach einen Gast, der selber erst 17 ist, aber schon seit neigen Monaten auf seiner eigenen Selbstständigkeit surft. Das ist total krass, wie es dazu gekommen ist, wie er darauf gekommen ist, warum er das tut, was das Mindset bei ihm damit zu tun hat und welche Tipps er dir auf deinen Weg schon mitgeben kann, obwohl er halt noch so jung ist. Und die Tipps sind wirklich richtig, richtig gut. Sahne, das erfährst du heute alles in der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge mit Sebastian Redling. Let's go. Hey, viel Spaß. Liebe Leute, wir sind wieder dabei. Wir sind wieder live. Wir sind wieder bei Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Eine neue Podcast-Folge mit einem wirklich sehr, sehr jungen Interviewgast. Und ich muss ihn gleich nochmal nach dem Alter fragen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber gegebenenfalls auch der jüngste Interviewgast bisher, seither. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Denn diese Person, die ich euch heute mit eingeladen habe, die hat etwas ganz Besonderes gemacht. Die hat nämlich schon gegründet, obwohl sie noch zur Schule geht. Und warum und wie das alles gekommen ist und was das alles soll, das klären wir heute mal ein bisschen auf. Und dafür, lieber Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Hi, Matti. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Immer ganz toll, eben in so einem coolen Podcast teilen zu können, was man ja jetzt doch die letzten neun Monate, sind es jetzt glaube ich schon, erlebt hat. Was man gelernt hat natürlich. Und da auch ein bisschen was eben davon teilen kann. Zu deiner Frage gleich mal. Ich bin 17 und ich meine, das ist auch, ich meine, viele Leute und gerade in der Unternehmensszene, unter 18 geht ja da doch teilweise recht wenig. Und das ist auch eine Sache, die vielleicht noch interessant ist, am Beginn gleich zu erwähnen. Nachdem, ich meine, die Leute in Deutschland und in Österreich, also ich bin aus Österreich, werden es kennen, unter 18 ist rechtlich, wenn man irgendwie als Jungunternehmer tätig werden will, echt wenig möglich. Und ich meine, das ist auch mein Problem gewesen, eine Challenge, mit der ich sehr lange gekämpft habe und sehr viele Gedanken und Hirnschmalzereien interpretiert habe, soll ich den Schritt gehen und wagen und mehrere Monate auf mich nehmen, um mit meinen Eltern zusammen dann eben in den Gründungsprotest zu gehen. Im Endeffekt kann ich jetzt sagen, dass ich mir die ganze Arbeit erspart habe und mir das jetzt aufheben kann bis 18, habe aber trotzdem jetzt schon eine Lösung dafür bekommen. Die hat sich ergeben, wie ganz viele Sachen auf dem Weg, dass ich auch jetzt schon vor 18 anderen Leuten mit meinen Skills helfen kann. Und dafür bin ich echt dankbar und das ist wirklich eine coole Sache auf jeden Fall. Genau. Ja, mega, mega gut. Da waren auch schon so viele tolle Dinge bei. Dieser Podcast zeichnet sich halt auch einfach dadurch aus, dass wir hier wirklich für alle euch da draußen, und die meisten sind so zwischen 15 und 25 Jahre, wirklich praxisnahe Tipps geben und Inspiration und einfach mal so ein paar Tipps, was alles möglich ist, was ihr alles machen könnt, was alles nach der Schule passiert gegebenenfalls, was am besten oder am wichtigsten ist, wenn du im Angestelltenverhältnis dann oder den ersten Job annimmst. Wenn du in die erste WG ziehst, wenn du den ersten Mietvertrag unterschreibst und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, der Sebastian, der geht noch zur Schule und hat aber schon sein erstes Unternehmen gegründet. Respekt, 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 also erstmal, darfst du einmal auf die Schulter klopfen, Hut ab, also wirklich, für viele ist ein großer Schritt, das zu tun und auf der anderen Seite sage ich aber auch, jetzt schon zu gründen ist eine unglaubliche Bereicherung und vor allem, du kannst auch lernen, ohne dass du finanziell von irgendwas noch abhängig bist, weil du hast ja gesagt, du wohnst bei deinen Eltern noch. Genau und ich meine, das ist auch der große Vorteil, ich meine, Jugend wird ja eigentlich definiert immer durch die Freiheit, die man halt hat und viele verstehen diese Freiheit, also interpretieren sie und verwenden sie für sich ganz, ganz zu unterschiedlichen Zwecken. Ich meine, die typische Jugend, wie wir sie alle kennen oder viele kennen und auch ausleben, ist natürlich, dass man rausgeht, Spaß hat, feiern geht und das ist alles, also ist wirklich super, weil wir haben ja noch wenig Verantwortung in dem Alter und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, Thema Verantwortung. Und ich meine, wenn man diese Verantwortung sich in diesem Alter, wenn man auch in diesem Alter schon bereit ist, etwas auf sich zu nehmen und diese Freiheit dafür zu nutzen, Verantwortung auf sich nehmen zu können, einfach weil es trotzdem noch hinter sich einen, sage ich mal, einen Polster gibt, natürlich von der Familie, man wohnt noch zu Hause, das ist echt ein Privileg, das, ja, ich glaube, worüber sich viele noch gar nicht bewusst sind. Also wir leben alle noch, also speziell, wenn es jetzt darum geht, wenn man Jungunternehmer ist, wenn man sich in dem Alter schon entscheidet, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wir leben meistens noch bei unseren Eltern zu Hause, wenn mal was daneben geht, okay, haben wir zum Glück immer noch ein Dach über dem Kopf, ein Bett, in dem wir nachts schlafen können. Und das ist ja echt das, worum es geht, finde ich, dass wir auch diese Freiheit anders nützen können und uns jetzt in diesem jungen Alter schon das aufbauen können, was wir später mal, oder den Lebensstil, wie wir später mal leben wollen. Ja, also total cool, korrekt, korrekt. Und jetzt lass uns mal das Ganze mal von hinten aufzäumen. Wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, was machst du eigentlich und vor allem, warum ist das dazu gekommen? Also wie ist das dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt, ich will nicht zu viel verraten, erzähl du mal, wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich erzähle sehr gern davon, weil ich glaube, es können sich viele damit identifizieren, dass man vielleicht mal auf den sozialen Medien irgendwie ein Video, ein motivierendes Video sieht, dann irgendwie eine Buchempfehlung mal bekommt, da geht es dann manchmal um, also oft um Self-Improvement, Self-Development, wie man es nennen will. Also da gibt es ja echt viel mittlerweile und viele Leute und auch ich tauchen dann tiefer in dieses ganze Thema ein, weil man merkt, okay, der Gedanke, sich jeden Tag zu verbessern und immer besser zu sein, als man gestern war im Idealfall, ist einfach was total Cooles. Und ich meine, dann geht es dann schnell in die Richtung, dass man dann auf einmal nach Lösungen sucht und sich überlegt, okay, wie kann ich auch jetzt schon irgendwie etwas, ich meine, dann geht es schnell in die Richtung, wie kann ich etwas Eigenes auf die Beine stellen, weil man möchte ja auch, Self-Improvement verbinde ich immer mit Impact. Ich möchte etwas bewirken und man kann selber etwas für sich bewirken mit der persönlichen Entwicklung, aber indem man die Möglichkeit hat, auch in Form eines Geschäftsmodells auch für anderen Mehrwert zu schaffen und einen Impact zu haben, kann man da, finde ich, extrem viel einfach mit diesen Gedanken, die oftmals eben am Anfang, wie ich es genannt habe, durch Bücher, durch Videos kommen, kann man einfach schon extrem viel machen. Und ich meine, so war es auch bei mir, also ich habe angefangen, Bücher zu lesen und habe mir am Anfang total schwer getan und dann überkommt man diese eine Hürde, diese eine Challenge, die eigentlich immer, ja, ich meine, Bücher zu lesen war immer wirklich total langweilig. Und das erste Buch, das ich wirklich fertig gelesen habe, ich meine, viele werden es kennen, Atomic Habits, war eben das Buch, wie man Gewohnheiten aufbaut und das war insofern gut, seither lese ich. Also, genau. Hat anscheinend geklappt. Genau, ja, zum Glück, also ich bin echt dankbar für dieses Buch, große Empfehlung für alle, also auf Deutsch, die 1%-Mitrode-Bilden-Show-Notes. Bitte? Wir verlinken es am besten einfach direkt in die Show-Notes. Also, es ist wirklich eine ganz tolle Empfehlung für Leute, die einfach gute Gewohnheiten aufbauen wollen und bei mir ist es dann eigentlich darin gemündet, dass ich mir eben überlegt habe, wie kann ich jetzt diese persönliche Entwicklung, wie kann ich die vorantreiben? Wie kann ich mit denen noch anderen Leuten helfen? Und habe dann eben überlegt, was gibt es für Probleme, mit denen ich tagtäglich konfrontiert werde und bin dann schnell draufgekommen in der Schule, ich meine, wo ich auch noch heute und die nächsten zweieinhalb Jahre noch den Großteil meines Tages verbringen werde. Ich meine, ich brauche es, glaube ich, nicht groß erzählen, Präsentationen, gerade in der Schule, in der Universität, es gibt sie überall und in der Schule gibt sie und auch wie überall anders halt in sehr langweiliger Art und Weise. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht groß erzählen, weil das wird auch jedem irgendwie schon untergekommen sein, wie auf einmal kurz die Augen vielleicht zugehen oder der Blick dann doch aufs Handy fällt oder ja, auf einmal die Gedanken viel interessanter sind, was auch völlig legitim ist, weil es halt, und da bin ich draufgekommen, bei mir in meiner Schule extrem dran scheitert an dieser Visualisierung. Und ich habe mich da intensiv damit beschäftigt, weil ich es extrem liebe, Leute zu begeistern und wann habe ich schon mal die Möglichkeit, Leute zu begeistern, wenn ich vor meiner ganzen Klasse stehe, vor meinen Mitschülern und bin dann dort gestanden und dachte mir, okay, wie kann ich diese Leute motivieren, wie kann ich einen Impact haben, ich möchte diese, dass ich ihnen Wissen mitgeben kann, darum geht es ja auch bei Präsentationen zu einem Großteil. Und wollte, da hatte er dann einige Ideen, bin auf einen Freund zugegangen und so haben wir eigentlich gestartet, uns zu überlegen, wie lösen wir dieses Problem, wie können wir Präsentationen ansprechend gestalten, sodass andere Leute am Ende sich denken, nice, dass ich heute da war und dass ich heute nicht irgendwie, ja, dass das Bett vielleicht in der Früh angenehmer war, als in die Schule zu fahren. Und bin dann aber schnell drauf gekommen, dass bei Schülern halt groß, also ich meine, ich brauche, ja, ich habe mich selber eigentlich in meine Lage versetzt, um ehrlich zu sein, ich gehe lieber ins Internet und tippe irgendwie rein gratis PowerPoint Template, weil das war nämlich die Idee, die wir hatten, so Leuten helfen zu können, also Vorlagen, PowerPoint Vorlagen, die man leicht bedienen kann. Und gehe lieber ins Internet, schreibe rein, gratis PowerPoint Vorlage, als irgendwem, der das anbietet, zwei Euro zu geben, was für die Wertschöpfung jetzt auch nicht gerade viel ist. Und habe mir überlegt, okay, das wird wahrscheinlich die falsche Zielgruppe sein, wo gibt es denn aber Leute, die auch Bedarf haben und wo es vielleicht noch viel wichtiger ist, mit der Über-, also mit Visualisierung zu überzeugen. Und bin dann schnell dazu, also der Gedanke war, war recht schnell da, obwohl recht schnell, das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, bis wir es realisiert haben. Naja. Aber ein enormes Learning und sind dann, haben wir uns dann überlegt, okay, im Unternehmensbereich ist es noch viel wichtiger, du bist vor irgendwelchen Investoren, wo der am besten nicht einschläft, gerade wenn du pitchst, wo es um den Verkauf geht. Bei Verkauf wird ganz viel mit Präsentationen gearbeitet und haben überlegt, okay, ich habe meinen Platz im Markt gefunden, jetzt muss ich nur noch finden, wo, welchen Leuten ich genau helfen will und welchen Leuten ich am besten helfen kann. Und habe mich dann eigentlich jetzt im letzten, in den letzten zwei Monaten an die Schnittstelle von dem Ganzen positioniert und zwar in Webinaren, wo es ja darum geht, mit der Präsentation, mit dem Angebot zu überzeugen und umzuverkaufen. Und das ist das, was die Präsentationen, die ich als Agenturdienstleister liefere, erreichen sollen, dass Leute mit Webinaren verkaufen können durch die Überzeugung. Und so bin ich eigentlich, so war in Kurzfassung mein Weg die letzten neun Monate. Das, was mich begleitet hat, Tag und Nacht, um ehrlich zu sein, das letzte Jahr und ja, genau. Ja, total spannend. Du hast es schon gesagt, du kommst aus Österreich, aus welcher Stadt? Ich bin aus Wien. Ah, Wien, okay. So, jetzt überlege ich mir gerade, jetzt gibt es ja noch die Schnittstelle Eltern und die Schnittstelle Schule bzw. Lehrer. Wie kommt es denn bei denen an, dass du sagst, ich mache neben der Schule nochmal ganz viel anderes und beschäftige mich Tag und Nacht damit? Was sagen die dazu? Also, ich muss sagen, was wirklich, und das Privileg hat leider nicht jeder und eben Stichwort Eltern, besser gesagt, dass eben Eltern nicht immer hinter einem stehen, wenn man so einen Schritt geht. Und da kann ich mich wirklich sehr glücklich schätzen, dass ich Eltern habe, die das ja in vollen Zügen supporten, die mir da unter die Arme greifen. Und ich meine, sowas ist ganz toll, wenn man sich entscheidet, so einen Weg zu gehen, weil auch, ich meine, auch wenn man noch zu Hause lebt, es kann einfach, ja, unterschiedliche Entscheidungen, unterschiedliche Sichtweise können einfach Leute auseinanderbringen. Und das ist ja nicht das Ziel von dem Ganzen. Wir wollen ja schließlich einen Impact haben und einen positiven im besten Fall auf den Markt, auf uns selber und natürlich um die Menschen, die wir am liebsten haben. Und da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass das der Fall ist. Und das war aber auch nicht, also das war zum Glück, was meine Familie angeht, so, in der Schule hat das Ganze schon wieder anders ausgesehen. Und das muss ich dazu sagen, obwohl meine Schule den Fokus darauf hat, Unternehmer auszubilden. Und dann war es tatsächlich doch so, dass ich, also ich meine, ich bin, muss ich dazu sagen, auch ein großer Dank an meine Schule und an alle Leute, die die Möglichkeit haben, auf eine Wirtschaftsschule zu gehen. Nützt das, so ein Wissen in Unterrichtszeit zu bekommen, ist wirklich ganz toll. Das hat nicht jeder. Und wenn man das gleich in der Praxis umsetzt, besser kann man es eigentlich nicht machen. Allerdings habe ich das erwartet, dass Leute das supporten und das haben meine Lehrer tatsächlich. Also ich bekomme da wirklich viel Support von Lehrern, die interessieren sich dafür, die geben mir Tipps, die geben mir Input und sowas ist so schön. Allerdings, und ich meine, das werden, glaube ich, auch viele Leute verstehen, wenn man merkt und gerade im Freundeskreis ist das so, man ist vielleicht auf gleichem Level und dann beginnt man sich selbst zu verbessern und auf einmal öffnen sich neue Türen für einen. Man geht nach vorne und manche Leute bleiben halt, muss man offen und ehrlich sagen, gehen halt nicht diesen Weg. Und das ist auch völlig okay, denn jeder geht seinen eigenen. Allerdings können das manche nicht gut verkraften, dass du derjenige bist, der ihn geht. Und das war auch bei mir das Problem, wenn dich Leute immer als die Person kennen, die auf gleichem Stand ist, die die gleiche Interesse hat. Und auf einmal ändert sich etwas, kommen Leute nicht damit klar teilweise. Und das ist ein großes Problem. Ich meine, vielleicht hast du das auch erlebt. Ich meine, kann ich mir gut vorstellen, gerade weil du ja auch als Unternehmer tätig bist und da sicher auch sehr viele Erfahrungen damit gemacht hast. Was hast du denn in deiner Erfahrung so damit zu tun gehabt bezüglich dem Thema? Schön, dass mich auch mal jemand fragt. Aber tatsächlich kann ich das unterschreiben, was du sagst. Die Frage stelle ich auch total gerne. Es ist immer sehr unterschiedlich, die Antwort. Die einen werden supported, bei den anderen ist es, oh Gott, du kannst doch jetzt nicht alles wegwerfen. Mach doch erst mal was Vernünftiges oder geh doch erst mal ins Angestelltenverhältnis und sammle Erfahrungen. Und bei mir war es ja auch nicht am Anfang direkt so, dass ich gesagt habe, ich werde direkt selbstständig. Und das hat sich erst mit den Jahren halt aufgebaut. Das heißt, ich habe vorher in der Bank mal gearbeitet. Ich habe am Marketing verantwortlich. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte aber Selbstständigkeit aufbauen jetzt. Und das war mehr in den Fokus rücken. Und dann war schon tatsächlich bei mir auch die erste Reaktion. Da bin ich immer noch gespannt, was bei deinen Eltern die erste Reaktion war, als ich denen das so erzählt hatte nebenbei. Okay, das wäre bei dir auch total spannend. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt eine Agentur für Webinarspräsentationen. Ja, berechtigte Frage. Ich meine, das hat sich alles schleichend entwickelt. Ich meine, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, man liest den Social Media Post, man liest das Buch. Und genauso schleichend kommt das auch auf höheren, also sage ich mal, wenn man dann einen Weg schon weiter gegangen ist, wenn man mehr Zeit hatte, den Weg zu gehen. Und sowas auch bei mir. Ich meine, ich war zeitweise im Webdesign und habe dann aber gemerkt, okay, ich habe viele Paletten und viele Skills, die ich anbieten kann. Womit kann ich aber, womit habe ich den größten Impact? Womit kann ich Leuten am besten helfen? Und meine Spezialität sind diese Präsentationen. Damit habe ich gemerkt, kann ich Leuten und gerade da auch eben Selbstständigen und Unternehmern, die mit Webinaren verkaufen, einfach am besten helfen. Und natürlich, ich meine, meine Eltern haben den ganzen Prozess natürlich mitbekommen. Die haben von der ersten Idee, wo wir uns den Namen gebrainstormt haben, im Endeffekt noch zehnmal natürlich geändert wurde und 10.000 Rebrandings gemacht. Also ich meine, die haben das alles mitbekommen. Also für die ist das jetzt kein ereignisreicher Tag gewesen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt eine Webinaragentur aufmachen. Ich bin da von der ersten Idee bis zu jetzt einfach mit dabei, die ständigen Feedback-Partner, die mich unterstützen, wenn es auch zu viel wird von der Arbeit her. Weil ich meine, ein weiterer Punkt, den auch viele Jungunternehmer da draußen, glaube ich, sehr gut verstehen, ist, das Ganze neben der Schule zu managen. Weil wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und diese 24 Stunden, die können wir leider nicht erhöhen. Und das heißt, die müssen halt bestmöglich genutzt werden, damit wir das Maximum rausholen können, was schwierig ist, wenn der halbe Tag oder acht Stunden von der Schule besetzt sind. Und wenn man sich eben selbstständig machen möchte, eben, das ist ein ganz essentieller Punkt. Und dann Klausuren, also Abitur und was es alles nicht gibt in der Schule, das kommt ja auch noch dazu. Und dann gleichzeitig mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch noch Zeit für sich selbst zu finden und für das, was einem Spaß macht. Also das ist wirklich eine Kunst, wenn man das kann. Und genau. Ja, total. Also der Spagat eines jeden Unternehmers, glaube ich. Und irgendwann später hast du dann noch andere Dinge. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich konnte auch gar nicht dieses Sparing zum Beispiel mit meinen Eltern machen, weil ich war ja schon erwachsen. Das heißt, die haben mich auch nicht mehr jeden Tag gesehen. Ich habe nicht mehr bei denen gewohnt. Und so und dann irgendwie von dem letzten Mal, wo sie mich gesehen haben, bis zum nächsten Mal, wo sie mich wieder gesehen haben, wo wir uns getroffen haben, sind schon wieder so viele Dinge passiert. Und da ist das, glaube ich, dann auch schwieriger für die, den Weg so nachvollziehen zu können, als jetzt bei dir. Natürlich das Allerwichtigste, weil wir wollen ja immer wirklich gleich tolle Tipps mit raushauen. Die letzten drei Monate oder wahrscheinlich ja sogar die Präparationsphase davor auch. Was sind deine größten Learnings, die du damit rausgenommen hast, die du gerne der Junghörerschaft hier direkt mitgeben möchtest? Yes. Also wirklich, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es einfach, jeder, der diesen Weg geht, wird es kennen. Denn es sind einfach persönliche Bereicherungen, persönliche Entwicklung, die man sich, wie gesagt, wenn man jetzt an einem Punkt steht, denkt man sich oft, okay, damals hätte ich mir damals gedacht, dass ich in zwei Jahren oder in meinem Fall in neun Monaten da stehe, wo ich heute stehe. Das hätte ich einfach nicht geglaubt. Und so ist es bei mir auch einfach, weil so viel passiert ist, so viel Tolles, so viele neue Türen, die sich geöffnet haben. Und ich meine, Stichwort neue Türen, oft ist es einfach dieser Schritt, durch die Tür einfach durchzugehen. Man weiß, und das ist ja oft bei diesem Weg, der auch ungewöhnlich ist, wenn man, also ich meine, selbst wenn man, ganz egal, was man ausprobiert in dem Alter, es ist nicht immer alles gewiss. Und ich meine, natürlich, alles trägt ein Risiko. Aber viele denken sich, ja, ich würde gerne anfangen, aber ich kann, ich weiß nicht wie. Und allein, dass du schon mal, und ich meine, es ist ja immer ein Spiel mit der Komfortzone, dass du sagst, okay, ich gehe durch die Tür, ich nehme diese Chance jetzt mal, ich bin bereit, mich auf den Weg zu geben, weil ich weiß, im besten Fall, wo ich hin möchte. Ist es nur eine Frage, bist du jetzt durch die Tür nicht richtig gegangen, gehst du durch die nächste richtig und bist du durch die nächste wieder falsch gegangen, gehst du halt einen Schritt zurück und gehst dafür dann drei richtige Türen auch vor. Es geht aber darum, dass du einfach gehst, mach es einfach, du hast nichts zu verlieren, weil im Endeffekt stehst nur du dir selbst im Weg. Selbst wenn eine klitzekleine Chance, ein Prozent vielleicht nur besteht, dass hinter der Tür sich was Gutes verbirgt, eine neue Chance, eine Bereicherung, selbst wenn es ein Learning ist, das ist alles Teil deines Weges. Und das ist nicht umsonst dein Weg, weil es deine Learnings sind und wenn du bereit bist, einen eigenen Weg zu haben, irgendwie und einfach dich selbst zu verbessern, Tag zu Tag besser zu werden, dann sei bereit, dieses Risiko einzugehen, denn früher oder später wird sich das alles auszahlen. Einfach allein, weil du gesagt hast, ich mache es, ich weiß nicht, was passiert, aber ich mache es. Und im Endeffekt wirst du genau wie ganz viele Unternehmer da draußen einmal dastehen und dir sowas von dankbar sein, dass du einfach am Anfang gemacht hast. Höchstwahrscheinlich ja. Ja, toll zusammengefasst, also wirklich wichtiger Punkt, auch schön mit einem gleich persönlichen Beispiel mit dran, kann ich nur so unterschreiben. Sehr schöner Punkt, mach ruhig einfach direkt weiter. Nächster Tipp, nächstes Learning. Ja, okay, also nochmal zusammengefasst vielleicht, mach einfach. Mach einfach, wenn du eine Idee hast, probier sie umzusetzen und ich meine, zu Ideen kommt ja immer dazu, dass natürlich eine Idee kann alles sein und das ist ja auch das Schöne. Wir dürfen uns nicht so beschränken in dem, was für uns möglich ist. Die Selbstwahrnehmung von dem, was wir denken, wozu wir in der Lage sind, ist so oft viel zu niedrig. Weil, ich meine, ich bin, ich habe viel gelesen und ich nehme an, viele von euch auch und ich meine, diese ganzen Sätze, die gesagt werden, die ganzen Zitate, die haben ihre Berechtigung. Alles, was du, alles, was du denkst, kannst du erreichen und was dir bei diesem Erreichen auch hilft, sind Leute, die gleich denken, weil so eine Kraft oder wenn man sich mit Leuten austauscht, diese Gedanken summieren sich einfach und auf einmal entstehen dreimal so gute Gedanken. Und worauf ich hinaus will, ist eigentlich ein, ja, ganz simpel Netzwerk. Bau dein Netzwerk mit Leuten aus. Es gibt so viele Leute, die schon dort sind, wo du hin willst und allein, dass du dich mit solchen Leuten austausch, bringt das so viel für dich selbst. Man sagt ja auch immer, ja, ganz klassisch, your network is your net worth. Aber das hat auch irgendwo, wie gesagt, irgendwo stimmen diese, haben diese ganzen Sachen eben ihre Daseinsberechtigung, finde ich. Geh raus, sei proaktiv den Leuten gegenüber. Man kann so viel lernen von anderen, gerade auch von Leuten oder die denselben Weg gehen. Verbindet euch und das finde ich ganz wichtig und da bin ich auch ganz dankbar, eben auch, dass es LinkedIn gibt und durch LinkedIn ich die Möglichkeit habe, nur mich mit, und ich meine, du bist ja auch auf LinkedIn auf mich zugekommen. Also ich meine, das ist das beste Beispiel, glaube ich, in dem Fall, was LinkedIn einfach für eine Möglichkeit bietet oder auch im echten Leben. Wir haben tatsächlich mit Linus Bausch schon eine Folge darüber gemacht, der selber ja auch noch Schüler ist. Echt? Nee, war ich? Nee, doch ist. Der auch gesagt hat, warum halt auch schon für als Schüler, beziehungsweise als Schülerin LinkedIn total sinnvoll ist und du bist einfach da wieder der lebende Beweis dafür, warum das so ist. Mir fällt gerade noch ein, sein Kumpel war ja auch schon da mit bei, Simon Riedinger, den hatten wir auch im Podcast, der auch über deinen, also fast auch über dein Thema gesprochen hat, weil er gesagt hat, beziehungsweise er ist, Europameister und ist auch zur Weltmeisterschaft gefahren in seinem Leistungssport. Also er macht nicht Jungunternehmer, aber er macht Leistungssport und wie er da das hinkriegt zwischen Schule und dem Leistungssport, das irgendwie zu verbinden und trotzdem noch irgendwie Me-Time zu haben. War auch ein total spannendes Interview. Habt ihr auch tatsächlich, ich glaube im Podcast war es oder war es bei YouTube? Ich glaube im Podcast war es. 2023 glaube ich am meisten auch gehört diese Folge. Deswegen, also das sind brandaktuelle Themen, die hier Sebastian auch nochmal mit aufschlägt, von denen wir glaube ich auch nicht genug Inspiration und Tipps kriegen können. Und das ist eine das Schöne, was du eben gerade auch noch gesagt hast, ist, wir versuchen ja häufig Dinge einfach schon, also so professionell wie möglich direkt zu Anfang zu machen und ich glaube es ist einfach auch wichtig, dass wir lernen am Anfang, wenn wir sie machen. Was bringst du denn, wenn du dich aufs Fahrrad setzt und direkt Fahrrad fahren kannst? Ich glaube, es funktioniert ja auch nicht, also physikal wahrscheinlich auch nicht. Es ist ganz normal, dass du dich erstmal richtig schön auf die Fresse hinlegst und das sind ja wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern dir auch mal richtig doll bei wehtust. Und all diese, das Ganze ist ein Prozess, love the process, also wie du gerade auch schon gesagt hast, eigentlich ist der Weg das Ziel zu der Reise, weil du nimmst so viel mit, du lernst dazu, optimierst und irgendwann schaffst du es halt auch Fahrrad zu fahren. Und genau so ist es bei Sebastian auch, der hat sich irgendwann gedacht, ich habe hier, und das kann ich auch nur unterschreiben, im Prinzip ist es ja so, jedes Problem auf dieser Welt ist eine Geschäftsidee. Also überlege dir, welche Probleme gibt es, wie kannst du die gegebenenfalls zu einer Lösung umwandeln, dass du den Menschen da draußen hilfst, die diese Probleme haben. Also total cool, also wirklich sehr schöne Tipps. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, verdammt ist das schon wieder spät. Warum? Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Wahnsinn, oder? Hast du noch einen rasanten Tipp, den wir noch mitgeben können? Ich meine, weil du es gerade angesprochen hast auch noch, wirklich bei mir hat es auch so begonnen, ich habe nach einem Problem gesucht und ich habe eine Lösung dafür. Ich wollte eine Lösung dafür entwickeln und die Lösung hat lang gedauert und die wird sich auch noch viel weiter entwickeln. Und ich bin sowas von bereit, das zu machen, weil ich weiß, im Endeffekt wird es früher oder später wieder in die richtige Richtung führen. Und auch wenn es mal in die falsche führt, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, finden wir einen Weg. Deswegen, ja, echt guter Punkt und natürlich Wert kreieren und einfach versuchen, den größtmöglichen Impact und Mehrwert zu schaffen. Ja, mega. Sebastian, wo willst du hin? Du hast ja eben gerade so gesagt, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, dann wird sich schon ein Weg finden. Wo willst du hin? Was hast du noch vor in deinem Leben? Also bei mir ist die große Leidenschaft, das Reisen, die Freiheit, örtlich uneingeschränkt zu sein, mit meiner Arbeit das machen zu können, was den meisten Menschen zu Nutzen kommt, wieder einen größtmöglichen Impact zu setzen. Und die Traumvorstellung ist natürlich für mich, reisen zu können, gleichzeitig arbeiten zu können und im besten Fall natürlich ein Team aufgebaut zu haben und diese Freiheit in vollen Zügen zu leben. Das ist meine Motivation. Und die Motivation kommt bei mir auch ganz stark aus familiären Hintergründen. Ich meine, wenn man von der Familie unterstützt wird, hat man auch immer irgendwie das Bedürfnis, was zurückgeben zu möchten. Und das ist bei mir ganz stark. Das motiviert mich auch jeden Tag, eben den Leuten, die mich tagtäglich unterstützen, auch obwohl ich beim Fahrradfahren auf die Fresse geflogen bin, trotzdem wieder mir aufhelfen und da auch einfach was zurückgeben zu können, was eigentlich unbezahlbar ist. Ja, total gut. Mega, mega, mega. Sebastian, ich würde gerne eigentlich noch, wahrscheinlich noch stundenlang mit dir quatschen. Ich glaube, ich muss dieses Podcast-Format auch irgendwann mal ändern, dass wir wirklich so wie in einigen anderen so dreieinhalb Stunden Folgen haben oder so. Und ich habe schon überlegt, ob wir dann einfach per Twitch einfach mal streamen oder sowas machen. Ja, coole Idee. Um da dann auch die richtige Zielgruppe dann mit anzusprechen und dann auch wirklich vielleicht auch sogar Live-Fragen dann beantworten zu können oder so. Wäre natürlich auch cool. Also, wenn ihr dafür seid, schreibt das gerne mal in die Kommentare, schreibt mir gerne eine direkte, eine persönliche Nachricht. Würde mich interessieren. Sind da Twitcher unter euch, die das feiern würden, wenn wir mal sowas machen? Sagt da auf jeden Fall mal Bescheid. Und so, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, also komplett hier mal wieder das Licht ausmachen, gibt es immer noch eine kleine Challenge. Und ich glaube, Sebastian, wenn ich das richtig gesehen habe, der hat auch etwas mitgebracht. Ja, also, du hast mich ja über LinkedIn angesprochen und für mich bietet LinkedIn eben einen riesigen Mehrwert, weil ich, um ehrlich zu sein, ich meine, mit der Schule hatte ich große Probleme, dass Leute, und speziell die Gleichaltrigen, die eben auch einen anderen Weg, den vielleicht klassischen Weg gehen, verstehen, dass es auch Leute gibt, die einen anderen Weg gehen, so wie eben ich. Und da finde ich es halt dann extrem cool, gerade in einer Zeit, wo man sich vielleicht alleine fühlt. Man kennt niemanden, der ähnliche Wege geht, der gleiche Interessen hat. Und das war auch immer okay. Aber ich war dann wirklich extrem dankbar, als ich dann Leute über LinkedIn eben gefunden habe. Und deswegen nochmal der Aufruf eben, vernetzt euch, überlinkt ihn mit anderen. Es gibt so viel, so viel Mehrwert auf der Plattform. Und eben diese jungen Leute, von denen ich auch ganz viel Inspiration bekomme, ich finde es ganz toll, wenn auch diese jungen Leute ihren Mehrwert teilen könnten in so einem Format und auch eine Inspiration eben für andere Jungunternehmer sein könnten. Und deswegen fände ich es richtig, richtig cool, wenn du im Februar und vielleicht da auch schon überlegst, eben dein Format zu verlängern, vielleicht auf Twitch zu streamen, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass du zwei Jungunternehmer einlädst. Ich meine, ich bin mir sicher, du kennst welche, weil ich extrem viel Inspiration davon bekomme. Mich motiviert das, wenn ich sehe, andere gehen den gleichen Weg. Wir haben irgendwo auch dieselben Challenges. Und ich würde es super finden, wenn du davon im Februar zwei in deinem Podcast holst. Vielleicht auch dann, ja, vielleicht sie auch dann länger Zeit haben auch, um auch noch mehr Inspiration zu teilen. Das würde ich super finden. Ich würde mich freuen, es anzuhören. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch auch freuen. Davon gehe ich auch aus. Ja, genau. Also je mehr Wert einfach in so einer Folge drin ist, desto besser. Klar, machen wir super, super gerne. Wir sind ja hier immer in so einer kleinen zeitlichen Bubble drin. Februar klammern wir mal aus. Wir machen einfach eine Folge mit zwei oder zwei einzelne Folgen mit zwei Jungunternehmern. Du darfst dir sogar nochmal aussuchen, wie alt die maximal sein dürfen, beziehungsweise wie viel oder vielleicht auch anders, wie viel Unternehmenserfahrung die haben dürfen. Ja, also mit denen ich, also ich bin mit ganz vielen verschiedenen in Kontakt. Ich meine, du warst sicher auch, ich fühle mich natürlich immer dann noch mehr verbunden mit Leuten, wie auch anfangs angesprochen, die unter 18 sind, die diese Challenges kennen. Okay. Und ich kenne auch ganz viele, also mittlerweile zum Glück, dank LinkedIn natürlich, die auch 17 und auch 16 teilweise sind. Und das finde ich auch immer ganz inspirierend, trotz diesen Challenges, Wege zu finden, ja, vielleicht auch davor zu gründen, auch verkaufen zu können, auch auf andere Art und Weisen. Und ja, einfach da schon in diesem Alter diesen Weg gehen, einfach weil es schwierig ist. Und das finde ich cool, wenn diese Leute ihre Inspiration und Erfahrungen teilen können. Also unter 18 wäre cool. Ja, also dafür gebe ich gerne eine Bühne, weil das finde ich einfach erstens inspirierend, also das ist einfach die beste Inspiration überhaupt, wenn Leute irgendwie ausbrechen und einen anderen Weg gehen und einfach ihr Ding machen. Ich finde das immer wieder sehr beachtlich und vor allem auch, ja, denke ich mal, Respekt, in dem Alter, wenn ich überlege, was ich da so gemacht habe. Ich war da eher so einer der Normalis. Daher finde ich das immer richtig, richtig cool. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, hast du noch, also wenn ich das schaffe, zwei jungen Unternehmer in diesem Podcast zu interviewen und hier mit einzuladen, gibt es da dann eine Gegen-Challenge, also irgendwie einen Einsatz, den du dafür geben würdest? Ja, also ich meine, ich bin da offen, wenn du was hast, dann sehr gern raus damit. Also wenn du meinst, du schaffst das, dann bin ich da gern. Also ich meine, es gibt, es sind, muss man sagen, es sind nicht viele. Deswegen, wenn du einer davon bist, echt Hut ab. Ich weiß, wie das ist, diesen Weg in dem Alter zu gehen. Und genau, also wenn du eine Challenge für mich hast, dann super gern. Ich glaube, das ist, ja. Weißt du, wie wir es machen? Wir machen das genau so. Ich interviewe die jungen Unternehmer, die beiden, und mit denen zusammen denken wir uns eine Gegen-Challenge für dich aus. Was hältst du davon? Das ist doch top. Das ist top. Sehr gut. Und ihr könnt natürlich auch wieder davon profitieren. Und ihr könnt natürlich auch mir dabei helfen, die Challenge zu schaffen, indem ihr einfach mal bei Instagram mir folgt. Und da werde ich euch in den Storys auch immer wieder, das mache ich sowieso immer, ne? Wie hat euch die Frage gefallen? Was wollt ihr noch hören? Wen wollt ihr noch in den Podcast eingeladen haben? Und so weiter und so fort. Ihr seid quasi das Orchester. Ihr dürft den Dirigenten sagen, was darf denn hier eigentlich alles gespielt werden? Nutzt das aus. Also genau wie Sebastian eigentlich gerade gesagt hat, das ist euer Format, das ist extra für euch geschaffen. All das, was euch interessiert, was euch gerade bewegt in dem Alter, das sollte unbedingt hier eine Bühne finden. Insofern, die Challenge nehme ich sehr, sehr gerne an, weil es ist einfach richtig, richtig cool. Und wenn ihr dann auch noch Ideen habt, nicht nur für Menschen, die Jungunternehmer sind, sondern auch für eine Challenge, die wir dann Sebastian geben können, dann sagt auch unbedingt Bescheid. Ich bin gespannt. Ich auch. Total cool. Erstmal, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja, in deinem Jungunternehmertum, dass du so viel Zeit noch gefunden hast, hier auch noch den Podcast mit zu besuchen. Ja, vielen Dank wirklich für die Einladung. Hat mich echt gefreut. Ja, vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Ich hoffe natürlich euch da draußen hat es genauso gefallen wie mir. Und wenn das der Fall sein solltet, ihr wisst ja, was ihr immer tun müsst. Sebastian, was müssen die Leute immer machen? Ja, dem Podcast auf jeden Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung geben und reinfolgen, weil so viel Inspiration für junge Leute gibt es echt nirgendwo anders. Bäm, genau so ist es. Genau, und wenn ihr noch Feedback habt oder sowas, macht das auch gerne bei Apple Podcasts, da kann man noch eine Rezension schreiben oder einfach, wenn ihr bei YouTube zugeschaut habt, unten in die Kommentare, lasst einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal nächsten Dienstag wieder, dann geht es wieder los mit einer nächsten Folge. Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Ich wünsche euch erstmal nur das Beste, haltet die Ohren steif und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. 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 Vielen Dank.